Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche Und Gedenke im Buch Mariams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte, ich suche beim Alabama-Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er sagte, so will er sein. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, oh wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu, sei nicht traurig. Dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Und verprüfung. Dann kann ich, und schüttle zu sein. Und schüttle zu sein. Und wenn man nicht den Menschen, einen von ihnen zu sehen, dann kann ich sagen, So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag. Ich habe dem Alabama Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn, mit sich, tragend. Sie sagten, oh Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. Oh Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Isa, der Sohn Mariams. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur, sei. Und so ist es. Isa sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Doch die Gruppierungen wurden uneinig untereinander. Dann wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Erleben eines gewaltigen Tages. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.